Ich weiß nicht, wir bleiben mal bei, wir machen mal ein bisschen Chor zur Abwechslung. Vielleicht, vielleicht kommt da ja was anderes, außer die ganze Zeit. Comba. Ah, gesagt, getan und schon ist Combine da. Das ist, äh, es ist einfach nur ugly. Warum kommt momentan nur Combine? Nein, es ist nicht so, dass ich was gegen die Karte habe, aber ich habe sie einfach viel zu lange schon in der Beta gespielt und jetzt viel zu lange schon in diesem Spiel gespielt. Vielleicht schaffen wir es ja heute sogar noch ins Prestige zu gehen. Ja, das sieht ja schon wieder sehr nach Zerstörung aus. So, wir bleiben mal, boah, wir bleiben mal gechillt. Da ist einer gestorben gerade, hinter mir. Da war einer. Oh ja, Hitmarker. Habe ich doch gewusst, dass ihr da seid. Was macht ihr, Teammates? Ah, jetzt haben Sentry rausgehauen. Die macht hier meistens guten Ärger. So, jetzt bleiben wir mal da. Und wir warten mal kurz. Da höre ich wen hier. Die laufen oben entlang. Und oben sind weg. Pass mal auf. Die holen wir uns jetzt. Yes, komm. Verpissen wir uns. Wir verpissen uns. UAV raus. Und warten. Gib mir mal einen UAV. Da hinten ist noch einer drin. Drei. Der war Lack. Komm, bleib mal bei A jetzt. Oh Leute, lass mich so alleine bei A. Kommt. Ich weiß, das ist ugly, aber wir brauchen die Punkte. Yes. Ich glaube, wir hauen jetzt mal meine Sentry raus. Bleib mal du gechillt. Das war ugly. Das war richtig ugly, ey. Den habe ich fast nicht bekommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Los geht's. Die kommen doch bestimmt von da jetzt, oder? Prostig. Gib mir mal deine Knarre. Gib mir mal deine Knarre her. Dum, dum. Wollen wir wie die Sentry einfach... Oh nein, bitte nicht. Was will ich jetzt mit so einem Geist? Das ist doch hässlich. Warte mal. Ja. Da sterbe ich bei einem 9 zu 1. So geil. Ihr habt es gesehen, oder? Ich will auch die Punkte. So bleiben wir im Haus. Eins. Wow, 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 wow. Chill mal dein Leben. So, jetzt soll mal die Harden Sentry ein bisschen was machen. Dass die hier nicht auf die Sentry drauf fahren. So, der Typ hat mich gespottet. Der soll ruhig kommen. Das war knapp. Das war knapp, 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 knapp. Der wäre nämlich hier reingekommen. Ihr habt es gesehen, oder? So, wir sind auf der Streak für den zweiten. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, bis der Geist weg ist. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig hier. Aber Leute, was soll ich anders machen? Nein, da sind sie alle gewesen. Da waren sie alle. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ja. Ich habe aber wenigstens noch den Cyberhost für den nächsten. Wow. Ja, da hat er auf mich gewartet. Da hat er natürlich auf mich gewartet, aber wir warten jetzt auch mal auf die. Na, komm. Na, komm raus. Du musst einfach nur rauskommen. Das ist mir dann egal, ob ich jetzt hier da auf dich kämpfe oder nicht. Hier rein. Das gibt's nicht. Meine Kugeln gehen nicht durch ihn durch. Das kannst du mir aber auch nicht erklären, oder? Lutscher. Da waren sie, hier an dieser Stelle. Schaut euch mal hier, an dieser Stelle. Und er hat nicht kassiert. Oh, fuck. Was soll was? Was soll sowas? Warum schießt er mit einem scheiß Rocket Launcher auf mich? Ey, Chris, kannst du mich hören? Wir können da eine Runde Hardcore spielen, wenn du Bock hast. Du musst halt sagen, wenn du fertig bist, weil ich streame ja noch. Okay, dann mach ich die Runde noch fertig und dann lade ich dich dann ein. So, wir haben jetzt dann den Chris am Start, weil der ist nämlich einer der besten Hardcore-Spieler, die es gibt. Das meine ich wortwörtlich, das ist er. So. Und raus damit. Habt ihr ihn gesehen? Der war hinter uns. So, jetzt machen wir Spawn-Flip. Ne, noch nicht. Alter, wie viel Hitmarker die alte Fotze ausgehalten hat. Das ist ja nicht mehr feierlich. Habt ihr das gesehen? So krass. Da sind sie alle. Alter, der glutscht sich da zurück. Und weg sind sie beide. Nice one. Hast du die jetzt wenigstens? Und Cerberus macht wenigstens ein bisschen Action. Ne. Das erklärt er mir mal bitte, wie er das schafft. Wie hat er das geschafft? Wie schafft er das? So, warte. Nein, dann häng ich fest, ey. Hat nur zwei Leute geholt. Ärgerlich. Na ja, gut. Kann nichts machen. Da kommen sie doch schon wieder. Da kommen sie doch schon wieder. Zwei. Ne, und ich erwische keinen natürlich, ne? Keinen einzigen. Was ist so klar? Und ich erwische den natürlich auch nicht. Man kann nicht zwei hintereinander töten. Das ist un-fucking-möglich. So, jetzt gehe ich da mit meinen letzten zwei Dingern rein. Mach einmal in den Zorn, einmal hier in den Zorn. Oh ja, danke, dass du mir meine Kills klaust. Asi. Boah, habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn nämlich gesehen, ja. Chill mal. Komm hinter uns. Den kriegt man fast nicht. Fast nicht. Ich hätte ihn fast nicht bekommen. Ich habe ihn aber auch gehört. Das ist gut, dass man es hört. Oh, nicht besser. Sie kommen wieder hier. Na komm. Hopp. Du R.W. Zeig, was du kannst. Ich glaube, sie kommen ständig von der Seite hier. So. Jetzt werden wir zu weit auf A pushen. Werdet ihr gleich sehen, wollte ich sagen. Komm, komm, komm. Ich weiß, ich schimmel es hier gerade bei W rum. Oh ja. Oh ja. Gib mir mal kurz das Ding hin. Danke. Der Cerberus. Ich sehe nichts, aber egal. Ich habe ihn jetzt einfach rausgeholt. Hast du da einen? Hast du da einen oder hast du da keinen? Na komm jetzt! Gib mir mal deine Knarre. Ja, auch wenn ich die andere brauche, ich brauche die auch. Mein Cerberus macht natürlich keinen Kill. Die Sandy macht auch keinen Kill, aber egal. Ist ja wurscht. Wir haben sie jetzt wenigstens mal gehabt. Dann habt ihr sie mal gesehen. So sieht es wenigstens aus. So. Ist das hässlich. Jetzt lade ich mal den Chris einmal, dann können wir mal in Hardcore. Dann schaffen wir wahrscheinlich auch die dementsprechenden Headshots. So Chris, meine Runde ist vorbei. Hast du noch mal eine angefangen? Hallo? Hallo? Nutzt einfach den Code UNDER beim Spielekauf über G2A.com. Dann könnt ihr ein bisschen sparen und uns kostenlos supporten. Danke. Ja, warte. Dann lade ich dich ein. Dann lade ich jetzt noch die anderen ein. Der müsste eigentlich auch gleich kommen. Okay. So. Dann haben wir wenigstens drei Leute. Dann können wir Hardcore spielen. Hallo? Also nicht wundern für die Leute im Stream. Man hört die in der Party nicht, weil wir nicht in Skype oder sowas sind. Also nicht wundern. So. Da bist du mit dabei, natürlich. Du musst. Du kannst ja eine Runde mitspielen und wenn du nicht klarkommst drauf, dann most high wieder abhauen. Wir brauchen noch 4 Headshots. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch 4 Headshots. Nice. Einladung bekommen? Gut, dann kann man heute leider nicht zusammenspielen. Kein Problem. Jo, werden wir wahrscheinlich erst mal nicht dabei